Ach du, du nehmst auf, ich dachte eh ich nehm auf, ich schaue dir an der Runde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rainbow Six Siege, Mountain Cheater und Apocalypse 97 Wir spielen auf Border und Secure Area Auf Deutsch kennen wir sind in Deutschland, also geht in Deutsch Ich werde jetzt einen deutschen Operatoren auswählen und Deutsch sprechen die ganze Runde über Ich hab den Wissen genommen Von Mother Russia Ich mein, Sukkabliad Sukkabliad? Vodka, Moskau, Stalin Wir kennen alle voll gut Russisch Apo, zeig mal bitte deine Russisch Kenntnisse Rushbee Super Apo, hast du nicht gewusst? Rushbee Ich dachte jetzt sagt jetzt gar nichts, ich vergesst jetzt einfach so ein paar sagen, super gemacht Apo, richtig toll Genau in dem Moment fängt an zu reden Kannst du das mal wiederholen Apo? Nein Ich dachte jetzt kommt sowas wie Wodka oder sowas Was ist denn denn Rushbee? Oh er kapiert, er kapiert es nicht Well done Well done Standort Das auch nie C-C-Games spielten Ach, Rushbee Naa Oh, mein Rushbee Nein, bitte Zitra Zitra Jetzt, was ich hatte von mir willst Fokta, Fokta, Bhutti Kaviera Kaviera T Äh, da sind zufrieden Das ist nicht so geil Einer von Uskabliara Junior sind die Ausgaben sie ständigen Krasch Biefel ob der P90 die Freude der Pro Wolkowell für den Betriebsvertrag erfolgt das ist jetzt hast du von 60 das zu Kölnberg mir das sagte das wird gut gemacht wird mit dem Verletzten ist ich glaube wir haben ein Puls in der Hand holt ich habe eine Karriere nun schon mal kaputt geschlagen ja den kaputt gemacht nun der markt kaputt gemacht warte ist das nicht mal ganz kurz wieder her ich habe einen verletzt geschossen ja den ich verletzt geschossen habe wieso ist er jetzt auf tot ist tot ist egal die wir entgegengeschossen haben jetzt hätte ich gerne später granate da reingeschmissen ich habe zwei ist da einer drin das gucke ich gerade draußen sind direkt zwei da ist noch ein gemma drin ist auch einer ja wo markiert ist ist auch ja 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 ich habe gesehen den erwische ich gar nicht aber nicht vor mich gehen bitte ab wo bist du denn ich guck da wie das loch weil ich da habe ich gerade den einen verletzt geschossen habe ich gerade da ist das dann tu was soll jetzt tot bam so dann lass uns reingehen ich bin tot hab's gar nicht überlegt hab's gar nicht überlegt ich will ja nicht woanders geh rein geh rein geh rein geh rein ich geh im scheiß direkt da rein da war ein luckshot von dem das ist das ist eine gute idee war natürlich die schießen random da raus pass auf wenn der nicht beide gleichzeitig laufen sollen das ist das ist die die auch kleine ist du hätte funktionieren können hat es aber eindeutig nicht getan dann habe ich nichts gesehen weil der blendeffekt so ekelhaft ist ach man dann ich will jetzt mal retten können 1 ich würde das schaffen aber ich wollte so der Hauptschuldige ich kann ja mal wobei hoch ich habe eine Füße machen schaffen gemacht ja schiebt das war schon das gleiche mal ja auf jeden Fall wer hier 300 Connection du oder ich also lassen wir auf fuck lassen wir bei uns die Community gehen ich habe der Falle meinen Fan der es sympathisch findet und mit uns zocken möchte sind wir immer für offen wer mit uns spielen will soll uns anschreiben und sich gewünscht hat dass wir das 6-6 weitermachen macht man ja auch ich vermute weil du siehst du das Video die Selina war aber da in den Kommentaren auch nicht sehr nett ich habe keine Ahnung habt ihr das kommentiert ja ok ich habe ja gar nicht in den Kommentaren schreibt ihr die Dinge zu vor in der Europä ja in der Sevilla ist zu geäußert ups ich habe eventuell Jäger angeschossen ey ich glaube nein nicht in den Kommentaren ist das andere unter dem 6-6 hat den geäußert das das ist ein Mädchen weil jetzt kein mehr Sinn oder irgendwie so heißt au ich habe ihn verloren ich habe keine Ahnung ich werde mich jetzt angeschossen ein Jäger dieser Horensohn du hast ihn angeschossen ja aber aus Versehen wir ihn ahhh ein Schwanz weil er Glück oder Pech hat keiner Pech hat ich glaube nicht dass das cool ist ja also Double Penetration hat eine ganz neue Bedeutung hm Alter Siphon ist tot wir haben ein tolles das ist ja offen Leute unsere Kaffee hat sich gerade erledigt hey wir hatten erschießen mitbekommen ja schau ich hab's auch gemacht was auch der Wut 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 das Fenster aufgemacht hast das Fenster aufgemacht hast das Fenster erschossen doch hat er ja wo steht der denn hin hä ich war doch neben dem Ding oder ja daneben aber nicht drin der Grie hat er immer wichtig wenn er gewinnen wollte müsste da rein und nicht daneben habt ihr verstanden ich kriege sogar eine gute lektionstipps und so Tipps und Tricks. Lektions-Tipps, oh Gott. Einmal können wir anmerken, wir spielen jetzt das Scheiße, unser Team Scheiße ist. Wir waren jetzt beide Male zu dritt alleine. Na, einfach einen Sekunden. Ja, ich habe auch jetzt eine eintägige Six-Hits-Pause, zwangsweise, weil ich einen Tag kein PS los hatte. Fick dich, fünf Tage. Fünf Tage konnte ich jetzt nicht zocken. Seit schon bin ich auf dem Seminar. Nein, fick dich einfach, fick dich einfach. Nein, Mann. Alter, komm nicht so, mii, 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 mii. Arschloch. Wenn ich durfte ein Seminar ist. Ein 20 Seminar. Ich hoffe, die passiert das auch. Wir wurden da, wo wir gerade waren. Well done. Biohazard. Die sind spannend. Ich weiß nicht, wie wir gerade von dir waren, die sind da auf jeden Fall. Noi, okay, da, oh, ach so, der hat nur verstärkt. Die haben einen Bandit, der hat den... ...Mira... ...Mira... ...Verstärkt. Ach, dieser Hurensohn. Verstärkt? Keine Ahnung, wo die sind. Ach, die sind unten? Oh, der Raum ist scheiße. ...Mira. 10 Sekunden zu gehen. 5 Sekunden zu gehen. Timo trifft auch jetzt. Das wird doch jetzt schon nichts. Ich spür's doch jetzt schon. Was denn? Ich will's mir wieder verkacken werden, wenn wir so'n scheiß Team haben. Ach, ist doch egal. Aber kein guter Content hier mir hier liefern. Die eine sagt, wir sind sympathisch. Also scheiße kann ja der Content gar nicht sein. RELOADING! Ganz ehrlich, ich muss grad echt zugeben, ich hätte wirklich ganz kurz das Verlangen, einfach Apo anzugucken und zu schießen. Einfach so. Boah, das soll ich mir grad echt scheiße ein bisschen. Okay, dann gehen wir nicht rein. Ich muss den Opfern. Ich hätte keine Ahnung gewahlt. RELOADING! Jetzt gehen die sich gegenwärtig. also Kostärgerät. Was? Sie sind ein? Was ist das alles sicher? Du hast den Biohazerd-kontäner. was von hieber gestrichen an mich ja ich komme ich bin auch hier die tür die so eine kammer ich habe ja der neue der tür der blau die kamera ja ja schon schon gut schon gut schon gut schon gut das beifahrer blickbücher gar nicht dann ich gucke mal ich von hinten weg holen können tun die das da hat ja ich hab's auch gesehen bleibt mal ruhig die haben vor allem recht da hat er hier haben sie schon schon gut ich hab's nicht weg ich hab's nicht weggeklaut aus dem arschloch ich geh nächsten monat in den film babyboss ok habt ihr den trailer zu gesehen nö nicht wirklich es ist voll witzig das ist eine organisation von babys die darum kämpft die liebe von eltern zu bekommen die liebe allerdings lieber an welten geben weil welten viel geiler sind als babys das ist ein das ist gar kein ich hoffe nicht das dreieck ist ja auch kleiner geworden bei dem jetzt kann man es auch verwenden nichts schlägt das rotpunkt oder das holen aber auf der schrothwind ist es egal ich glaube ich komme von oben rein ja das könnte gut möglich sein ja schaust du den Topper im Blick ich hab alles im Gegenteil wobei es aber ich sehe kein einzigen vorhin und sagt man ja nicht so weit okay er mein Montag ja und er darf ja leute da geht auf der müsste jetzt jetzt schießt ich glaube hier hat es gerade erwischt warum bist du eigentlich noch im raum kleines weil ihr mich in Schroppel ausmacht wir haben wir angesperrt armer kleine Leines komm zwei Gegner noch und sei zu dritt Fitch down ein Gegner noch komm das schaffst du dir ich hab drei Kills ich hab drei Kills wo hab ich die denn hier befunden auf dem Bauernmarkt standard halt lieber da als in deiner Hose das das muss ich immer wieder in meiner Hose was das war mal eine tolle Hosenruhe schon gefunden da Lichter alter Leines wenn du den jetzt nicht gekriegt hättest ja sag es mal im Internet das klingt von 64 die ist doch gut ja jetzt habe ich den Ping von 64 eben gerade für 80 ja weil sie den erschossen hat es war die schon auf 60 Junge nein oder doch nicht und nein Schöße so hoch oder der Jungen nein bald 8 schön für dich mein Beileid ich ich dachte das Spielball spielen der Jungen der Jungen der Jungen der Jungen ich weiß nicht was ich muss was ich ich weiß nicht ich weiß nicht man kann ja ich weiß nicht was hat Einmal angehittet, hast du ja nicht gleich einen Dock? Nein, zweimal. Auf jeden Fall, die Seminarleiterin hat mich heute sehr gelobt, weil ich eigentlich der einzige, der gegenwältig ist. Ohne Scheiß, die anderen, ne, fühlst du dich schon so verdient, zeig ich mir so. Nein. Du hast irgendwas mit der Öztrie verschnitten gespielt, deswegen werde ich nicht gelobt. Also, die war 60 oder so, nein, das mach ich nicht. Ja, und? Wie war das auf alten Fahrrädern, nennt man das Fahrrad? Ich hatte auch auf einmal den Unterricht übernommen, weil ich hab irgendeinen dummen Spruch gemacht. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Irgendwas total dämlich ist. Ich hab mir so gemeint, willst du den Unterricht übernehmen? Hab ich halt eben so ganz blöd gemeint. Ja. Du hast euch noch gemacht, weil ich sage, ja gut, dann komm doch vor, dann mach du das. Oder dann ist es sogar noch gelobt. Ja. Ganz besonders. Herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es noch die normalen Menschen. Nein die stehen da brauche. Da komm da durch. air, da ist der Schakall und noch jemand war da. Ach geil, da ist eine Twitch-Haul aufm Weg zu Joschi. auch hier ist gerade einiges auf dem weg zu uns ach dieser fucking drohne die machen die decken auch hurensohn zu starten habe ich gerade ausgesehen von oben kommen die gerade die kommen gerade btf mir hast du gerade voll daneben geschossen habe ich auch habe ich auch scheiße so wie jetzt hat er gar nicht geschossen ich habe gerade gar nicht geschossen wo hängt der denn rum will er mich verarschen das voll gut oder gestern die nicht zu sehen ja jetzt sein dass wir gerade ein bisschen scheiße ist der schießt bei mir irgendwo anders er macht die drohne kaputt kann auch einfach sein das wird was wir sind heute hätte ich liegen lassen als köder er hat geschafft ich habe gesagt hey wie schafft es auf dem zweiten Platz zu sein ich mach gar nichts weil ich habe vier Kiel sind auf dem vorletzten was und das sind scheiße ich habe zwei Hände vor dir mit einem Punkt btf mal eine schöne Runde mehr oder weniger scheiße 2 3 nein egal ich habe mich nicht mehr gefallen bis zum nächsten Morgen auf 410 bügel bügel